Ja hallo alle zusammen zu dieser neuen Folge Java, Web & More und diesmal möchte ich was über Tremaps erzählen. Also was sind Tremaps, was kann man damit machen und irgendwie klingt das schon wie Hashmap und Treeset, so ein bisschen und was hat das damit überhaupt zu tun? Noch eine Kleinigkeit in eigener Sache, Java, Web & More ist jetzt auch auf Twitter und auf Facebook vertreten, die Links sind unten eingeblendet. Da könnt ihr mich einfach abonnieren und seht automatisch, wenn neue Videos veröffentlicht werden, weil sie eben automatisch bei Twitter und Facebook gepostet werden. Aber gut, genug der Vorrede, starten wir in Java Tremaps. Java Tremaps sind generische Maps zum Speichern von Objektpaaren, das haben wir schon mal gesehen wie bei Hashmaps, da link ich auch nochmal drüber, da können wir einfach irgendwie so Objektpaare speichern mit Schlüssel und Werten, das ist ganz ähnlich wie bei Hashmaps. Aber trotzdem können wir über die Schlüsselliste sortieren, das ist wie bei der Treeset, dass wir nach einer vorgegebenen Ordnung automatisch Sachen zurücklesen können oder eine Ordnung haben, mit der wir eben Sachen sortieren können und sagen können, gib mir das kleinste Element, das größte Element, wie auch immer. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt und irgendwie komplex, deswegen habe ich schon was vorbereitet und das schauen wir uns jetzt in Eclipse an. Also Eclipse offen. So, hier ist der vorbereitete Code, den könnt ihr auch herunterladen. In den Informationen ist der Link dafür eingeblendet. Ich kann es euch nur raten, weil das halt schon eher eine komplexe Geschichte ist und ich habe den Code auch ein bisschen kommentiert, also hier sind überall Javadoc-Kommentare drunter und dann kann man eben auch das ganz gut nachvollziehen, was hier insgesamt so passiert. Okay, also an diesem kleinen Beispiel möchte ich euch zeigen, wie wir mit Treesetmaps ein bisschen arbeiten können und dafür möchten wir einen Immobilienmakler erzeugen, der eben so eine Liste mit Häusern hat und für diese Häuser kann er sich Notizen machen und die Häuser sind dort sortiert über die Quadratmeteranzahl, die die Häuser eben haben. Ein ganz simpler Immobilienmakler, der total vereinfacht ist, aber es sollte eben reichen, um unser kleines Beispiel hier aufzuziehen. Wie genau sieht das aus? Ich habe jetzt also diese Klasse Immobilienmakler und die hat eine Variable vom Typ Tremap und die heißt Kaufliste. Und diese Tremap baut eine Relation auf zwischen Haus und String. Okay, was ist dieses Haus? Machen wir vorweg einmal. Dieses Haus ist eben eine Klasse, die so ein Haus abstrahiert quasi speichert. Also wir haben einfach so ein Haus, das hat jetzt eine Quadratmeteranzahl und eine Adresse. Dafür haben wir dann eben noch einen Konstruktor hier, die Getter und Setter und da unten hat man eine ToString-Methode. Wir sehen jetzt schon, hier oben steht noch Implements Comparable House. Das brauchen wir eben, um diese Größenrelation, Größenordnung über diese Objekte zu bekommen, weil sonst können wir eben nicht sagen, was ist denn jetzt größer als ein anderes Haus. Das kann die Klasse nicht wissen und deswegen müssen wir jetzt eh von Comparable das Implementieren, das Interface. Und dann können wir hier unten nämlich automatisch diese CompareTo-Methode überschreiben und eben, wie ich in dem Video über Treeset schon einmal gezeigt habe, diese Größenordnung implementieren, indem wir einfach sagen, okay, dieses Haus ist eben kleiner als ein anderes Haus, was wir jetzt hier bekommen in dieser CompareTo-Methode, wenn der Rückgabewert eben über die, also der Rückgabewert gibt dann die Subtraktion der beiden Quadratmeter zurück und wenn das dann eben kleiner ist, dann ist das Haus kleiner, wenn es größer ist, dann ist das Haus größer. Okay, dann haben wir das Haus abgearbeitet, im Prinzip nur so eine kleine Datenhaltungsklasse, die so ein paar Informationen über das Haus speichert mit Get-Hand, Set-Hand und ToString. ToString lässt uns das eben ausdrucken, dieses Haus. Und wir haben eben die CompareTo-Methode, die dafür sorgt, dass wir eine Größenrelation haben, dass wir eben sagen können, was größer und was kleiner ist an diesen Häusern. Soviel zu der Klasse, zurück zum Makler. Der hat jetzt also diese TreeMap, die von Haus nach String abbildet. Warum möchte er das tun? Naja, er hat eben diese Häuser hier, die eine Quadratmeteranzahl, nach der wir sortieren haben, und eine Adresse. Und in dem String hier speichern wir irgendwelche Notizen. Will ich haben, doofes Haus, keine Ahnung, was sich dazu eben aufgeschrieben hat. Im Konstruktor erzeugen wir dann einfach nur eine neue TreeMap dafür, für Haus und String. Und dann kommen wir schon zu den eigentlichen Methoden. Also wir haben einmal eine Methode, die ein neues Haus hinzufügt. Wie geht das jetzt? Wir übergeben jetzt also eben Quadratmeter als Integer, Adresse als String und die Notiz als String. Und dann können wir jetzt einfach Kaufliste.put, also wir wollen da was reintun. Einmal ein neues Haus mit Quadratmeter und Adresse. Das ist eben der Konstruktor aus diesem Haus hier. Wenn wir jetzt gucken, hier war der Konstruktor, der erwartet Quadratmeter und eine Adresse. Und deswegen übergeben wir das eben auch hier an dieser Stelle. Das zweite ist dann eben die Notiz, was wir hier brauchen. Und die bekommen wir über den Parameter hier oben als Eingabe in die eigentliche Methode neues Haus. So können wir ganz simpel mit dieser Methode eben Häuser in diese Kaufliste hinzufügen. Jetzt habe ich ja schon gesagt, haben wir eine Relation, eine Größenrelation über diese einzelnen Häuser. Und deswegen können wir sowas machen wie, hole kleinstes Haus. Also Public ist die eben, die ist öffentlich, da können wir darauf zugreifen von außen. Die gibt ein Haus zurück, eben das kleinste. Und wie machen wir das? Wir können jetzt einfach sagen, Kaufliste.firstkey. Weil wir eben diese Ordnung haben, können wir sowas machen wie firstkey. Und das gibt uns eben dann das kleinste Element zurück. Wir sehen auch, wenn ich die mal einmal aufmache hier, also Kaufliste. Nur mal so, um reinzugucken. Jetzt muss ich kurz auf den Kontextassistent warten. Hier ist er. Dass wir auch sowas haben wie ceilingkey, ceilingentry, descendingkey. Also es gibt ganz viele Methoden, die eben auf diese Ordnung anspielen. Und mit denen wir eben in dieser Ordnung uns durchnavigieren können. Da kann man sehr schön mitspielen. Ja, jedenfalls diese Methode gibt das kleinste Haus zurück. Ähnliches gilt für die Notiz. Da können wir jetzt einfach sagen, hole Notiz. Dann nutzen wir jetzt nicht die Ordnung aus, sondern einfach sozusagen die Hash-Funktion, die dahinter liegt. Dass wir ein Haus eingeben können. Und dann eben dafür die Notiz wieder rausbekommen. Das ist wie bei der Hash-Map. Wir geben einfach einen Wert ein und kriegen dafür, also wir geben den Schlüssel ein und kriegen den Wert zurück. Wie benutzen wir denn jetzt diesen Immobilienmakler? Also wir können dann einfach in unserer Main-Methode hier als Beispiel uns einen neuen Immobilienmakler erzeugen. Und dann sagen wir, okay, Makler.neues Haus. Dann fügen wir ein neues Haus hinzu. Das sagt 100 Quadratmeter. Steht in der Mustergasse 13 und ist eben schon sehr alt. Das ist eine Notiz dazu. Dann gibt es noch ein anderes Haus, das hat 112 Quadratmeter, steht direkt daneben und ist leider immer noch ein bisschen teuer, obwohl ich den Preis jetzt gerade gar nicht genau spezifiziert habe. Wenn wir jetzt das kleinste Haus zum Beispiel ausdrucken wollen, können wir jetzt sagen, System.op.println.kleinstes Haus. Dann können wir sagen, Makler, hole kleinstes Haus. Das war ja eben die Methode hier oben, die diese Ordnung ausgenutzt hat, um das kleinste Haus zurückzugeben. Dann rufen wir aber toString auf diesem Haus auf. Das war ja in dieser Klasse implementiert. Und dann kriegen wir eben das Haus zurück vermutlich. Wenn wir vielleicht nochmal als Praxisbeispiel nochmal sehen, wenn ich starte. Danach überlegt sich der Makler, okay, er ist jetzt ein bisschen weitergefahren, ist in den Musterweg 10 gefahren, 10a, und findet noch ein neues Haus. Das trägt er gleich in seine Anwendung mit ein. Das hat 93 Quadratmeter, steht in den Musterweg 10a und er sagt sich, okay, das Ding muss ich haben. Das ist seine Notiz dazu. Jetzt können wir nochmal das kleinste Haus ausdrucken, was jetzt das neue Ding ist, mit den 93 Quadratmetern hier. Gleicher Aufruf, sollte also das neue Haus rausgeben. Und dann können wir noch fragen, okay, was war jetzt meine Notiz zu dem kleinsten Haus? Das haben wir dann hier unten in Aufruf. Dann können wir sagen, okay, Makler.holeNotiz. Und dann müssen wir ja jetzt ein Haus eingeben, weil wir ja jetzt diese Hash-Funktion ausnutzen. Wir müssen ja jetzt einen Schlüssel eingeben, um den Wert zu bekommen, wie wir auch bei den Hash-Maps gesehen haben. Und da geben wir jetzt einfach Makler.holeKleinst das Haus wieder ein und kriegen das Haus. Das geben wir jetzt als Hash-Schlüssel ein und kriegen dann den Wert zu dem Schlüssel zurück. Jetzt starte ich das Ganze nochmal und dann sehen wir auch gleich in der Ausgabe, dass als erstes ein Haus ausgegeben wird, nämlich das mit 100 Quadratmetern in der Mustergasse 13. Das war das kleinste am Anfang. Und dann hat er das neue gefunden gehabt. Diesmal das kleinste Haus. War das mit den 93 Quadratmetern. Und da stand im Musterweg 10a. Und seine Notiz dazu war eben, muss ich haben. Und die haben wir ja hier unten ausgedruckt. Wie ihr schon seht, ist alles ein bisschen verwoben und wir können jetzt verschiedene Sachen ausnutzen in der Tremap. Wir können zum einen ausnutzen, dass die Sachen eine Ordnung besitzen. Und zum anderen, dass wir eben so ein Mapping haben. Also die Hash-Funktion, die wir da ausnutzen können. Und deswegen kann ich euch nur raten, ladet den Quellcode nochmal runter. Schaut euch das nochmal in Ruhe an. Und ja, die Kommentare sollten dabei auch helfen, das nochmal nachzuvollziehen. Aber Tremaps sind schon wirklich sehr spannende Sachen. Man kann ganz viel Tolles damit machen. Und ja, macht auf jeden Fall Sinn, sich das nochmal in Ruhe anzugucken, weil kann man es sehr schön sehr oft auch gebrauchen. Okay, dann hoffe ich, dass wir uns in weiteren Videos noch wiedersehen und wünsche erstmal viel Spaß mit den Tremaps in Java. Wie immer gilt, wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr mich gerne abonnieren, dafür einfach unten links auf den Kopf drücken. Oder ihr könnt zum Beispiel einfach Kommentare hinterlassen. Alles klar, ich hoffe wir sehen uns wieder und bis dann.